Dieses hässliche Entlein taucht vollständig in eine geheimnisvolle weiße Creme ein. Während die Creme in jede ihrer Poren eindringt, kann sie einfach nicht aufhören zu lachen. Nach diesem Schönheitsbad überkommt sie ein überwältigendes Gefühl der Klarheit. Sie scheint völlig erleichtert und zufrieden zu sein. Die Verwandlung war erstaunlich. Sie hat perlweiße Zähne bekommen und ihre Schielaugen sind verschwunden. Zuvor war Stacey wegen ihrem unattraktiven Aussehen für alle unsichtbar. Sie war immer eine Außenseiterin und ihr eigener Ehemann hat sie wie ein Phantom behandelt. Auf der Weihnachtsfeier bekommt sie eine magische Creme geschenkt. Sie schmiert sofort ihre Haut damit ein. Doch nach kurzer Zeit bekommt sie einen starken Aufschlag. Die Creme hat eine allergische Reaktion bei ihr ausgelöst. Zufällig läuft im Fernsehen eine Werbung für die Creme, die erklärt, dass das Auftreten von Rötungen eine normale Erscheinung ist. Stacey bestellt eine ganze Kiste von der Creme für den nächsten Tag. Ihr Gesicht sieht schlimmer und schlimmer aus und sie fühlt sich wie ein Monster. Für ihren Ehemann ist Stacey aber perfekt, so wie sie ist.